recht herzlich willkommen zur 21 folge von medieval grand ages so gehen wir wieder rein wir müssen weiter wir sind in stufe 5 angelangt und patricia und wollen zum baron stufe 7 gut dann müssen wir mal gucken wie weit das geht wo es dann nun so viel war das so viel muss sie unten sein können wir denn noch weitere siedler anheuern dann sollten wir das vielleicht auch tun dann wird schneller wachsende so da oben haben wir noch eine karte krakau als warschau das kommt ja ungefähr aber da kommen wir erstmal rein hier muss noch was festlegen sehe ich gerade diese position ist schon möglich muss aber erst erforscht werden okay sehr interessant ich weiß jetzt auch gar nicht mehr was da hier so früchte tuch und wolle machen wir mal so und machen wir so und da auch einen die anderen bauen wir später jetzt hier nein war nicht aber da oben okay dann machen wir hier was anderes dass das und geht hier auch nahrung und 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 noch was zu trinken so auch mal alles eins bauen erst mal egal läuft oder ja gut also da haben wir da haben wir auch und da war sowieso schon wir müssen aber noch wachsen straße ist da können wir aber vielleicht noch was verbessern ja dann machen wir das doch oder woanders ist nichts dann haben wir was zu tun so ja hier wäre eigentlich noch schön was zu haben um die verbindung zu kürzen aber ich weiß auch gar nicht händler haben wir jetzt sind wieder aufgestiegen dürfen wir jetzt mehr händler haben das ist die frage der ist auch schon durch der sag schon siedler wir dürfen mehr haben wenn wir aufgestiegen sind das auch wichtig wird daraus und der siedler ist hier und wo wollen wir da mal gucken wie sieht es denn hier aus der neue teil lang das zu nah an der stadt weiß nicht was da ist ein zelt da geht aber die straße lang auch das land da mein gibt es da gibt es fast nix da gibt es fisch oder war eine gute stelle da war noch ein feld aber hier habe ich irgendwo das klingt gut also los immer gerade so ein bisschen fluss lang da gibt es noch karmik wenn man die andere seite vom fluss zum gebier gehen da fehlt uns jetzt der honig den gab es da oder den honig auf dem weg oder doch der war gerade also los geht es noch höher oder das bösen ok da dürfen wir dann noch nicht mehr hin das klingt gut ok auf dem weg gut wir können weiter entdecken hier in der nähe wäre natürlich auch nicht schlecht nicht schlecht das klingt gut also los da ist keine kohle mehr darum ist königsberg und da ist auch danzig nicht schlecht ja auf dem weg streiten macht muss dann auch ziemlich groß werden jetzt sind wir hier am meer nicht schlecht ok auf dem weg also los auf dem weg ok da geht es doch noch hin da darf ich dann doch nicht laufen ja gehen wir mal hier hin aber da da Pilsen schon ist stellt sich die frage ob das Sinn macht da hin zu gehen also los stopp mal da war doch gerade eine Topfstelle oder wir wandern los wo ist die da war Töpferware also los so da ist sie und immer da eine Stadt oder aber geht nicht hier wird es gehen wir wandern los hier so auf der anderen Seite und wenn ich ein bisschen mehr zum Bergen gehe da ist der Fisch weg also los Wein Kohle hier wird es auch gehen also los hier ist fruchtbar komm wir bauen da eine Stadt und finden da geht nicht also los hier unten da muss Pula sein da machen wir doch hin oder wir wandern los eben zeigte er mir an dass man hier eine Stadt bauen kann jetzt nicht mehr auf dem Weg da ist schlecht da geht es aber da ist keine Kohle auf dem Weg wollte doch das mit der Kohle haben und eben stimmt doch hier die Möglichkeit oder wir wandern los also los hm nicht schlecht okay da müssen wir uns irgendwo dabei jetzt mit begnügen ich marschiere jetzt einfach da mal hin und gucke mir das da an da ist aber auch nicht viel los aber da wäre Platz zum Ausbreiten mal gucken was da geht oder nicht geht geht gar nichts unser Honig das klingt gut das klingt gut nee dann komme ich schon wieder zu nahe der Sache das klingt gut hier wäre noch möglich Kohle Steine und Pelze und die Ecke nehmen wir der Wein würde mir ein bisschen fehlen aber da bauen wir jetzt eine Stadt und fertig Krajowa ein schönes Land okay so die Straße geht ja wohl da ran ne okay hört da auf geht da weiter passt da also ist direkt um die Straße angebaut äh ja können wir aussuchen Kohle Steine Holz Werkzeuge und Eisenherz würde ich jetzt mal erstmal sagen oder da bauen wir eins von jedem und los geht's ok ist hier schon wenn man so rausgeholt ganz schön groß hier geworden schon ne und dort passt man schon gar nicht auf eine Kartenwelt oder noch ne da oben ist noch wie heißt das Wissner 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 geht schon da nicht mehr drauf wir haben schon verdammt großes Reich ne gut der Händler ist jetzt hier ne ist er nicht der Händler ist es der ist noch irgendwo offen so der oben haben wir ja diese Stadt jetzt noch hingebaut dann tendenziell neige ich dazu den Händler so zu machen dass der diese drei da oben nimmt dann diese drei Blumber Händler gute Frage ne hm äh da oben ist gerade einer unterwegs der macht die Route da lang gut der läuft so und da läuft gar keiner hin nach Krakau oder was Route deaktiviert so Route plan diese Stadt weg Route nicht löschen wieso geht das nicht weg geht 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 so jetzt ist sie weg so immer noch ein von da nach da nach da jetzt hätte ich gerne von da nicht nach da so diese drei Streiter so so und so da sind vier eins zwei drei wieso zwei Städte das verstehe ich jetzt nicht jetzt nur ein da passt so die Route ist da oben festgelegt diese Stadt ist durch das verbunden und jetzt müssen wir noch einen Händler finden der da lang läuft hier ist keiner doch da ist einer wer ist denn das jetzt habe ich jetzt was habe ich versaut so so Route aktivieren das wir noch machen okay der läuft da lang da rüber das ist auch okay so der macht den Dingel von Stadt zu Stadt und da oben haben wir noch einen da muss ich die Route auch noch aktivieren wo sind wir jetzt da passt also der da lang wer ist denn das ist der und der stopp mal der Händler macht diese Tour schon das wäre also blöd dann ist er ja eigentlich doppelter Moppel ne der fährt ja da lang warte dann machen wir das so da ne das war jetzt voll doof der startet da da lang dort lang nach da lang zurück zurück und dann Zielort passt läuft ich glaube die Route ist auch aktiv oder? was mit dem da? der macht das Stück die Route kann eigentlich auch gelöscht werden ne so weg 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 so er muss jetzt frei sein eigentlich ist ein nicht das passt mir auch nicht so jetzt machen wir das von hier mal da lang dort lang da lang fast und rote sollte aktiv sein oder gut nach da läuft und es ist der händler glaubt schon ja das ist der händler die route läuft hier ist noch ein händler der läuft nirgendwo lang ok der läuft da lang das passt und der fällt mir nicht der neuer route und danach da ist gut dann da lang und dann da lang dann dort lang dort lang dann ausgangspunkt passt gut das ist der oder der hat die aufgabe da lang zu reisen das ist gut der geht da lang was das für eine das verstehe ich jetzt nicht aber es doppelt jetzt oder was gut dann wollen wir das gerade ab wenn wir die doppelt haben es nicht haben dann gehen wir hier los nach da lang dort dort und dort das weg budapest nein ich will nicht da da will ich gar nicht hin die muss weg ich möchte nicht dass der da oben startet so so jetzt haben wir es da lang dort lang dort lang und nach da und den weg natürlich zurück gut aktive route so wir meinen der martin hier der ist gut das macht er der macht den weg das ist gut er macht den weg das das ist auch gut der macht den weg musste erst noch hin hier oben immer noch den kleine strecke passt wo das ist nicht dran und jetzt haben wir hier noch ein dann würde ich sagen wenn der strecke hätten das geht wohl nicht dann ist nicht erreichbar war schau weil da keine straße ist dann würde ich sagen wählen wir erst den bautrupp und der soll eine neue straße machen und hier erste stadt wählen transit abkommen benötigt ok das geht ein schöner weg ok können sie auch gleich aufrüsten und dann ist alles gut und dann nehmen wir noch mal den händler und der geht dann von dort und von dort ins zentrum und zurück ja passt gut aktivieren so das haben wir neu organisiert und das ist ja schon mal cool das ist ja fast schon erreicht das ziel wie sieht es denn hier aus rohstoffe fehlen aber das ist schon gebaut ist doch schon mal cool hier können wir noch nachlegen haben wir dann auch haben wir das da auch schon alles gemacht ja da ist überhaupt 1 da können wir noch nachlegen da auch da fehlt noch einer da ist überall nur einer machen wir zwei raus wunderbar wie schaut es hier aus lassen wir mal so sieben dann machen wir auch eine 7 raus obwohl da schon überproduktion ist bei dem machen wir hier vorne noch was bei oh kein geld mehr oder irgendwie sowas na und hier unten wie sieht es da aus ok geld ist alle jetzt haben wir noch wieder geld aber geht noch nicht das kostet zu viel 12.000 ok das soll nicht das problem sein das holen die händler gleich wieder rein oh da unten ist noch gar nichts passiert das ist ganz schlecht dann nehmen wir salz das brot den honig den fisch das brot mal wieder weg so die nehmen wir können wir nicht bauen leider das ist gerade ein bisschen doof gelaufen müssen wir gucken wie es geht aber ich denke das machen wir in der nächsten runde ich bedanke mich erstmal fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss bis dann 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 Untertitelung des ZDF, 2020